hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen video mit dem aquaplanta aka uni und zwar zur folge 39 wie ich ja in der letzten folge versprochen habe soll es ja heute mal um den bahnhof oben gehen da hatte ich ja schon ein bisschen was gemacht und vorletzte folge will ich mal fast schon sagen weil in der letzten folge war es ja das video um den 3d druck das thema ist natürlich noch lange nicht durch ich habe da noch einiges im petto ich habe da schon einiges gedruckt ich habe da schon einiges vorbereitet aber da kommen wir mal wieder in der nächsten oder übernächsten woher dazu so dass man nicht muss das gleiche bringen ich möchte jetzt mal die die fortschritte von meiner von meinem bahnhof zeigen da hatte ich ja die gleise vorne gemacht dann habe ich ja die die bahnsteige selber proviso schon hingesetzt und habe dann entsprechend das ganze gefilmt und ich werde wahrscheinlich schon einblenden wie ich mich kenne so dann machen wir mal hier hinten hinter mir auf ich stehe heute mal vor der meiner von meiner platte und hier dieses wunderschöne rauschende geräusche ich weiß gar nicht ob man es hört also ich höre ziemlich laut gerade der selbstbau antrieb das ist glaube ich eben video nummer drei meiner steampunkanlage ist das da zu sehen wie ich das damals gebaut habe das ist ja ganz einfachste technik ich sag mal so heutzutage kann ich ja habe ich ja mein 3d drucker da kann ich ja ein bisschen mehr irgendwo naja machen oder 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 austüfteln da hatte ich ja mit metall bauteil gearbeitet da hatte ich ja das war ziemlich abenteuerlich aber es funktioniert es geht sauber hoch hier habe ich einen kleinen schalter hier unten drin den kann ich dann hoch und runter switchen und entsprechend geht das dann auf und zu und auf der anderen seite hatte ich ja dann meine die schranktüren die ich ja dann zu machen kann die kann ich aufklappen und auf der seite jetzt hier rechts gesehen von mir oder von euch aus links ist ja die wendel im schrank also alles schön zu wenn ich hier raus gehe aber das habe ich glaube ich alles schon ein paar mal erzählt da wollen wir nicht noch mal eingehen wir gucken jetzt mal hinten auf den bahnhof drauf ich mache mal nicht an zuerst könnte ich ja mal die ich weiß gar nicht ob man es überhaupt sieht ich glaube ich habe gerade nämlich die signale angemacht das ist ein bisschen weit bzw ich sehe gerade das ist außerhalb des videos wir kriegen noch genug signalbilder hier oben sieht man glaube ich ein bisschen leuchten und da hinten sieht man ein bisschen was leuchten also die signale sind mittlerweile alle dran die sind auch entsprechend hier unten an meinen weichen antrieben da gibt es mit sicherheit auch eine einblendung dazu mit dabei und ja ich würde sagen machen wir keine lange rede liegt an jetzt bin ich wahrscheinlich gleich ein bisschen dunkler da hinten ist der wahnhof über den wir heute sprechen wollen das heißt großartig sprechen wollen wir gar nicht drüber ich zeige euch das einfach in dem video wie die ich die gleise wieder verlegt habe die weichen ja angeschlossen worden sind die signale gemacht dann kommen wir natürlich auch noch dazu dass ich hier hinten ich ja immer jetzt so eine brücke wo habe ich sie denn jetzt in aller eine hingepackt diese hier bisschen lieblos gerade in der hand gehalten die hier die soll ja eigentlich hierhin kommen und ihr versteht sicherlich dass ich immer eigentlich sage ich wäre mich wahrscheinlich von den brücken trennen davon habe ich vier stück weil ich ja meinen drucker aber und entsprechend wäre ich da natürlich ein bisschen was selbstbau brücken technisches ich habe da schon sehr viel gearbeitet dran und aber lange räder kurzer sind kommt kommt man die ganze sache jetzt mal an und da sind wir natürlich auch am oberen bahnhof jetzt wie versprochen beim anbau der reise ich will mal sagen das waren glaube ich noch aufnahmen wo das gleis zu dicht ja hier eingeblendet habe ich unten dass ich dann verrückt habe wo die gleise noch zu dicht am bahnsteig lagen habe ich natürlich zum glück noch nicht verklebt gehabt und damit konnte ich sie noch ja versetzen danke noch mal an der stelle für den hinweis das wäre echt schief gegangen was ist schief man kann alles lösen aus muss ja nicht sein und entsprechend konnte ich dann natürlich noch richten und so dass auch die dampflokts irgendwo da durch passen als wäre wirklich ärgerlich gewesen was alles fertig hat den bahn aufgebaut hast vielleicht schon die im details gekümmert und dann ja toll passt am flog nicht rein das muss nicht sein danke 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 ja hier sehen wir noch mal wie ich jetzt alles zusammen gefriemelt habe irgendwo das vordere gleis was ich jetzt hier zusammen baue das hatte ich mir immer noch so ein bisschen aufgehoben das wollte ich ja eigentlich noch gar nicht am anfang verbinden mit weil ja hier die brücke noch rein muss und mit der brücke die man jetzt hier sehen hatte ich ja immer vor die diese bogenbrücke einzubauen aber das baue ich ja nun wie gesagt selber zumindest habe ich vor mal gucken ob so etwas wird groß vollspurig vollspur vollmundig immer irgendwas hier versprechen ja die bahnsteiger oben die sind alle nur geheftet bis jetzt weil die werden wahrscheinlich so vor irgendwie verklebt werden mit klebeband oder so dass diese genau die form behalten die sind ja nicht hundertprozentig gerade das wollte ich ja gar nicht die sollen ja so kleines bisschen alles so so naja nicht alle so gerade aussehen jetzt hier nicht als ihre tritzen dazwischen das kommt alles weg ist klar aber dann kommt es natürlich raus wieder und es werden ja dann die beleuchtung eingebaut das heißt die 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 bahnhofs überdachung die kommt dann noch hin die bleibt auch nicht so wie sie im original bausatz drin war das will ich ja nicht da wird ein bisschen mit 3d druck auch noch ein bisschen gearbeitet da lasse ich mir was einfallen also glasdach wird wahrscheinlich in der form nicht rüberkommen wie es geplant war sie dann irgendwie zu 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 sauber aus und so oder ich muss ordentlich verdrecken und passen der dreherum hier sehen wir übrigens das tunnel portal noch mal mit der dampflok drin was wir ja im letzten bastel video gemacht haben oder was ich da gezeigt habe und ja so die brücke zum schluss hin und die das übrigens war eine z brücke wer es erkannt hat noch aus den z tagen und da passen die loks natürlich durch fand ich sehr interessant auch die dampflok ist dadurch hat dadurch gepasst das war auch kein problem irgendwie aber ich habe mir das so ein bisschen überlegt dass das mit diesem bogen vielleicht doch nicht ganz so toll aussieht da oben dass da vielleicht mehr so eine technische brücke da irgendwo reinkommt das sieht bestimmt irgendwie netter aus ja hier hatte ich noch mal große probleme gehabt mit den kontakten das habe ich auch beheben können habe ich die weichen antriebe auseinander gebaut aber wie gesagt das funktioniert ja mittlerweile auch ja das war das kurze video ich hatte ja gesagt ich wäre das format ich mach mal das nicht jetzt wieder aus hinter mir ich habe ja gesagt dass ich das format gar nicht so groß ändern will also ich mache keine ewig langen videos ich möchte aber jetzt an der stelle schon mal bedanken dass du dabei gewesen bist ich freue mich dass du dabei warst und wenn du noch kein abonnent bist mach's bitte ich freue mich wahnsinnig drüber und es hilft ja auch mit und vor allem warum es mir hilft ist ab juli in diesem jahr möchte ja youtube die die videos alle monetarisieren das heißt nicht mir geht es nicht um das monetarisieren sondern es soll immer werbeblogs eingeblendet werden vor oder während des videos auch von youtuber die noch nicht berechtigt sind werbeeinnahmen zu generieren ich möchte vielleicht an der stelle mal dazu sagen dass ich das nie vorhaben werde das heißt bei mir wird es nie werbung geben in den videos das möchte ich einfach nicht das ist nicht das was ich hier will ich möchte einfach nur mit euch modellbau erleben aber es ist nun mal so um da selbst entscheiden zu können braucht man muss man eine gewisse größe erreicht haben und das ist über 1000 abonnenten okay das sollte bald erledigt sein ich freue mich dass hier immer mehr wert aber es ist auch so dass man eine gewisse view time also eine gewisse anzahl von stunden haben muss dass man dazu berechtigt ist wenn ich dazu berechtigt bin das sind 4000 stunden glaube ich wenn ich dazu berechtigt bin dann kann ich die werbung abschalten und das möchte ich gerne wo es dazu muss ich eben das ganze erreicht haben also fleißig meine videos gucken dann kann ich alles werbefrei halten und ich denke dann macht es auch mehr spaß videos generell zu gucken war also macht schön gut mit sicherheit kommt noch ein kleiner teil wir sehen uns nächste woche ja und jetzt ganz zum schluss haben wir noch mal die bilder wo ich die gleise bemalen ich habe es jetzt ja auch reingeschrieben ich werde also keine abrache mehr verwenden ich finde das ist zu gleichmäßig zu schön irgendwo als das ist zu meiner steampunk anlage passt deswegen habe ich jetzt hier noch mal aufgeführt mit und ich denke mit dem handbemalen das passt hier einfach irgendwo besser okay dann sage ich an der stelle noch mal mach schön gut bis zum nächsten mal dein aqua peter aka uli tschüss